Willkommen in meiner Welt. Hier, wo alles perfekt ist. Raphael ist ein eleganter Mann, der in einer eleganten Welt lebt. Sein Leben ist wie ein Traum. Er liebt teure Sachen, er liebt das süße Leben, aber vor allem liebt er die Frauen. Ja, ich liebe die Frauen. Und zwar alle. Naja, fast alle. Kann ich mal mit dir reden? Sie soll sein schlimmster Albtraum werden. Wir gehören für alle Zeit zusammen. Eine voll liebe, wahnsinnige Frau. Oh Gott, ich will, lass das, Lugges. Nach Perdita Durango und La Comunidad allein unter Nachbarn, jetzt eine neue, schrecklich schöne Komödie von Alex de la Iglesia. Du musst sie umbringen, das hättest du schon vor Monaten tun sollen. Hey, du hast sie wohl nicht mehr alle. Schlaf mit mir. Das ist das verpeckte Verbrechen. Es heißt perfekt. Perfekt. Oh ja, stimmt, Perl. Einfach verpeckt, absolut perfekt. Ich glaube auch, daran sehen sie aus wie eine Gazelle.